Hallo Leute und damit wieder Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 HD Part 49. Wir sind hier letztes Mal wieder stehen geblieben. So und dieses Mal geht es hier direkt weiter mit Gelange zur Startrampe. Doktor Nefario muss hier irgendwo sein. Durchbrich seine Verteidigungslinie und stelle ihn. Ok, da müssen wir jetzt erstmal zurück in unser Raumschiff. Und von dort aus fliegen wir da auch hin in die Kommandozentrale. Gelange zur Startrampe. Los geht's. So, bin ich mal gespannt was da auf uns zukommt. Heute spielen wir wieder ganz entspannt. Ein Viertelstündchen plus Minus. Ein paar Minuten. Ah, wird schon. Guck mal nur Zentrale. So, ich glaube für den Level, oder für das Level werde ich hier einmal kurz... ...bestimmt einen alten Schildler, oder was? Zum Glück habe ich hier einen. Schau vorbei, wenn du Interesse hast. So, für diesen Level hier werde ich mal... ...habe ich jetzt die Helligkeit mal ein bisschen höher gestellt. Damit man hier besser sehen kann. Ich denke mal das ist hier... ...ganz gut, dass wir das bei dem Level machen. Wir gehen jetzt nochmal zurück... ...wieder mal... ...zu... ...Planet... ...Aquartos. Und gehen da zu... ...zu den Cognitos. Und gucken mal, was es da jetzt gibt. Oder was genau das ist. Was wir da kriegen können. So. Aquartos. So. Dann gar nicht lange fackeln. Einfach direkt hier... ...zu dem Cognito. Und gucken mal hier, was er sagt. Oha. Schildlader. Er richtet ein Verteidigungsschild um den Anwender, der ihn vor Schaden schützt, solange er nicht zerstört wird. Außerdem bewirkt er Schaden bei Feinden, die ihn berühren. Umsonst. Ja. Drei Stück Ammunition. Ach, das Ding. Der Fizz-Widget lässt grüßen. Das hier kommt von ihm. Alles klar. Ja. Drei Stück kriegen wir jeweils. Also drei Munitionen. Haben wir auch in Ratchet-Clank 2 benutzt. Dieses Schild. Diesen Schild. Und das ist wirklich ein ziemlich gutes... ...Gerät. So. Jetzt aber hier. Kommandozentrale. Und dann Vollgas. Also ich bin hier wirklich mit diesem OBS-Studio sehr, sehr, sehr zufrieden. Das ist wirklich ein ziemlich cooles Programm, muss ich sagen. Das Einzige, was mich aber stört. Man muss in einem Zug aufnehmen. Man kann nicht zwischendurch pausieren und sagen, so, hier machst du kurz einen Schnitt selbstständig. Und startest dann weiter an dem gleichen Punkt, wenn ich es sage. Das finde ich echt scheiße. Alles andere an dem Programm ist echt spitze. Erstmal gucken wir uns hier um. Genau. Wollte ich doch meinen. Munition einmal auffüllen. Und dann Überseil und Attacke. Okay. Ey, sonst sind doch alle Waffen so zielsuchend. So. Okay. Das ist egal. Okay. So. Ratchet, du wirst da vorne wieder dein Tyrosstüm brauchen. Die Sicherheit ist extrem hoch. Die Sicherheit ist extrem hoch. Das wird also nicht einfach werden. Diese Robotyraniden sind schlau geworden. Ah. Hm. Aber nicht wirklich. Ne, nicht wirklich. Wir müssen das Kostüm hätten vor anziehen sollen. Sprechen. Sprechen. So. Ah. Ach so. Ich bin hier da. Also. Na, dann. Hören wir nochmal genau zu, was ich sage hier. Löwen der Helden sich bewegen. Na, dann. Alles klar. Nee. Kannst du weiter auf kannst? Wo ist das nicht eigentlich, in der... Das ist nicht hin. Da. Wenn das nicht hin, wenn es jetzt nicht mehr so ist. nicht hin- Oder ist. Ein Ein- Aha. Na, geht doch. So. Oha. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Das ist ja gar nicht so groß der Level. Oder das Level. Also ich kenne das Level auch gar nicht mehr, muss ich sagen. Ah, schon wäre das gleiche. Okay, was will ich da so auswählen? Na, Kumpel. Alles klar. Dann reden wir nochmal. Alles kein Problem. So. Also wenn ihr das lesen möchtet und euch das so schnell geht, dann einfach das Video kurz pausieren. No, komm, machen wir nochmal. Alles halb so weit. So. Also. Ja. die reden hier auch echt nur scheiße nur scheiße ich wollte eigentlich naja ich wollte hier eigentlich nochmal hoch geht das naja laut karte ist da ja kein geheimnis denn vertraue ich dem einfach mal treffen die das heute auch nochmal oder weißt du dann wenn sie sollen ne dann wird das nix so kriegen wir das ding jetzt auf level 2 oder oder nicht so gut hier haben wir noch die hätte ich mal vorher sehen sollen wo wir den multipliktator noch an hatten das wären 15.000 bulls gewesen so irgendwie sollte da was rauskommen aber kommt es nicht naja gut was das angeht hätten wir einfach schneller sein sollen so die dinger sind zwar richtig gut also die wurf scheiben hier diese aber die gegner sind echt teilweise ziemlich zäh hier haben wir es definitiv nicht so einfach wie in rettchenklang 2 ach den hacker da war ein geheimnis da oben eine trophäe ne kommen wir da hin habe ich das jetzt hier leiter das ist ja simpel was ist das für ein flugsgewehr gucken wir mal ist das die von dem ja von dem gehelfen da von dr nepharius ich weiß jetzt nicht mehr genau wie er heißt steht die irgendwann auch nochmal gerade naja gut wissen wir jetzt gleich wie die heißt steht ja da lawrence genau lawrence Trophäe gut gut nehmen wir jetzt den hacker und machen das mal hier achso genau das war das feuern nein das ist gar nicht mal mehr so einfach man kommt halt schnell durcheinander das ist das problem wie viele ebenen gab das vier ok so zwei noch nein so ja genau bin so froh dass man die roten nicht hochziehen kann und dann damit sofort verliert das finde ich ganz nett dass man das so nicht gemacht hat jawohl gut da geht es weiter mit refraktor strahl aber das machen wir im nächsten part sehen wir uns hier dann selber auf der selben stelle weiter äh wieder zu zusammen wieder genau und macht dann hier weiter bis dahin tschau Leute